Dieser praktische Ford Transit L2 350 Britsche könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 Dieselmotor mit AdBlue Technik erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Dieser 3,5 Tonne kann bis zu 1300 Kilo laden. Bei Verwendung der Anhängerkupplung können Sie 2,8 Tonnen ziehen. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Fahrersitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Transit schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbag und Nebellampen vorne. Die Klimaanlage mit Pollenfilter ist auch für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmekreis. Auch telefonisch. Mit diesem kräftigen und praktischen Ford Transit 350 L2 Britsche in der Trendausstattung. Mit seiner vielen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch, keine Verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie einfach Probe. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Okay. 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 Vielen, vielen Dank. Nein, gut. W solely позже bei mir undANG-Ibarg Mainzbuchinnen istimbgen. Vielen Dank.